Kapitel 3 Was kostet das? 1. Gegenstände Der Computer, der Drucker, der Fernseher. Der MP3-Player, das Handy, die DVD. Der Kuli, der Bleistift, das Heft. Das Wörterbuch, die Schere. Der Herd, der Wasserkocher, das Bügeleisen. Die Kaffeemaschine, die Waschmaschine. Der Stuhl, der Tisch, die Lampe. 2. Was kostet Dialog 1 Ich möchte die Lampe. Die Lampe? Na, die da. Was kostet sie? 2. Nur 20 Euro. Das ist sehr teuer. Dialog 2 Schau mal, der Drucker ist ja billig. Er kostet nur 5 Euro. Der ist bestimmt kaputt. Dialog 3 Der Fernseher kostet 180 Euro. Und das Bügeleisen nur 8. Der Fernseher ist sehr klein. 180 ist sehr viel. 110 Euro? Nein, das ist sehr wenig. Er ist fast neu. 130. 140 Euro. Okay. 4. Was kostet wie viel? 165 Euro. 139 Euro. 289 Euro. 717 Euro. 2312 Euro. 3.800 Euro. 745.600 Euro. 3.200.000 Euro. 265.170 Euro. C. 6 Dialoge. Dialog 1 Was kostet der Staubsauger? 139 Euro. Wie viel? 139 Euro. Das ist ein Top-Gerät. Dialog 2 Das Fahrrad ist ja toll. Was kostet denn so etwas? Das hier kostet 2312 Euro. Aber es hat auch einen Carbon-Rahmen. Scheibenbremsen. Boah, sehr teuer. Aber sehr, sehr schön. Dialog 3 Was wollen Sie für das Auto? 3800 13800 Euro. Das ist sehr teuer. Nein, nein. 3800. Ach so. Das geht. Dialog 4 Was kostet der Kühlschrank? Der hat 200 Liter. Energiespargerät Klasse 1. Italienisches Design. Was kostet der? Nur 289 Euro. Das ist sehr teuer. Haben Sie auch einen billigeren? Dialog 5 Möchte jemand einen Kinderwagen kaufen? Meine Schwester braucht einen. Was kostet er? Er ist nicht ganz neu, aber er funktioniert. Sind 65 Euro okay? Ja, ich denke schon. Ich frag mal meine Schwester. Dialog 6 Was kostet das Haus? Die Villa? Ja, das Haus. Das ist ein super Angebot. 0,745.600 Euro. Wie viel? 745.600 Euro. Ah ja. Interessant. Sehr interessant. Das ist ein, eine, kein, keine, mein, meine. Dialog 1 Ist das ein Fernseher? Nein, das ist kein Fernseher. Das ist ein Monitor. Wie viel kostet er? 35 Euro. Dialog 2 Ist das ein Handy? Ja, klar. Wie viel kostet es? Für sie nur 25 Euro. Dialog 3 Ist das dein Handy? Nein, das ist meine Digitalkamera. Ist sie gut? Ja, super. 7 Ein Flohmarkt im Kursraum B Ist das eine Kaffeekanne oder eine Teekanne? Das ist eine Kaffeekanne, eine Thermoskanne. Was kostet sie? Nur 2 Euro. Das ist aber billig. Ja, ein Schnäppchen. Funktioniert sie? Na klar. 10 Aussprache Lange und kurze Vokale A Lang Lesen Die Schere Das Buch Wohnen Die Tafel Sieben Das Bügeleisen Guten Tag Haben sie ein Bügeleisen? Haben sie eine Schere? B Kurz Das Heft Die Lampe Die Lampe Praktisch Billig Billig Der Tisch Der Drucker Kaputt Kommen Kosten Das Heft Das Heft ist praktisch Der Drucker ist bestimmt kaputt Was kostet die Lampe? Was kostet der Papierkorb? Was kostet der Papierkorb? Gern Zusammen 2 Euro Bitte Zwölf Zwei Gespräche Dialog 1 Noll? Guten Tag Mein Name ist Toluk Ich rufe wegen Ihrer Anzeige an Haben Sie den Kinderwagen noch? Ja, der ist noch da Was kostet er? Ich möchte 120 Euro für den Kinderwagen und den Stuhl, wie es in der Anzeige steht 120 Euro? Das ist sehr teuer Der Kinderwagen ist fast neu Ich zahle 70 Euro Ich möchte eigentlich nur den Kinderwagen Das ist sehr wenig 110 Euro für den Stuhl und den Wagen? Gut, sagen wir 85? Okay, für 95 Prima Ich komme heute Nachmittag und hole die Sachen Ich bin aber erst um 18 Uhr wieder da Dialog 2 Galovic? Hallo, hier ist Schmitz Sie suchen eine Waschmaschine? Ja, unsere Waschmaschine ist kaputt Haben Sie eine? Klar, sehr günstig Um die 150 Nein, das ist sehr teuer Ja, aber das ist eine Miele Elektronikmaschine Wie alt? Naja, vielleicht zwei Jahre oder drei Nein, das ist sehr teuer Ich zahle 100 Euro Nein, nein, das geht nicht 130 Gut, ich nehme Sie für 120 Euro Na gut, für Sie 120 Raststätte 1 Raststätte 1 Und Sie? Ich komme aus Griechenland Aus Athen Und ich bin aus Kiel Dialog 2 Wo wohnst du? In der Kaiserstraße Und du? In der Blumenstraße 34 Hast du Telefon? Nur Handy Die Nummer ist 01725480808 Die Nummer ist 017253808808808709808809808808121 In der Kaiserstraße Die Nummer ist 017253808808141 Und du? Wie alt? Wie alt? Wie alt? Vielen Dank.